Wir starten heute mit dem Anschlussvideo von Aron. Aron hat ein Video zu seinen Veranstalten gemacht und jetzt hat er nochmal eure Fragen zu meinen Finanzen. Also da gab es nochmal ganz viele Kommentare und so und da schauen wir nochmal rein, was da abgeht. Let's go. Hi, die Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Donnerstag. Oh mein Gott, Corona-Zeit und Aron haut richtig raus. Aron! Das Finanzvideo kam ja sehr gut an. Dafür vielen Dank an euch, vielen Dank an Unge, an Justin. Alle haben nett reagiert, alle haben nette Sachen gesagt. Da ist aber mir eine Sache bewusst geworden. Es war zu positiv. Irgendwie denken jetzt alle, alles was ich anfasse wird zu Gold und das stimmt nicht. Ich mache... Oh, jetzt haut er seine... Jetzt haut er seine Fauxpas erstmal raus. Riesen große Fehler. Ich fahre wirklich Ideen gegen die Wand. Ich verliere Geld. Also es läuft nicht alles so rund, wie es soll. Deswegen die Frage von mich an euch. Soll ich mal ein Video für euch machen, wo ich so die krassesten Beruf-Fails euch erzähle, also wo ich richtige Fehler gemacht habe, wo es mich... Ja, auf jeden Fall interessant. Ist auf jeden Fall interessant. Also jetzt direkt zu dem Thema. Ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland eher so ist, wenn du irgendwo versagt hast, dass du dann so als Versager hingestellt wirst. Also sagen wir mal, du hast jetzt irgendwo eine Firma gegen die Wand gefahren und bist pleite gegangen oder so. Dann sagen Leute, oh, der hat verkackt, der ist ein Versager. Vielleicht liegt es ein bisschen an der Mentalität oder so. Aber in Amerika zum Beispiel ist es anders. Da ist es so, die Leute setzen eins, zwei, drei Firmen gegen die Wand und erst dann läuft es bei vielen. Also das ist eine ganz andere Unternehmereinstellung. Und zwar, es wird immer Misserfolge geben. Und sich dann da hinzustellen und sagen, ja, ich habe alles verkackt. Das ist absolut der falsche Weg. Wenn ihr selbstständig seid, wenn ihr eine Firma gründet, wenn ihr Unternehmen aufbaut, es wird immer Rückschläge geben. Ihr müsst, ihr dürft euch von sowas nicht unterkriegen lassen. Lernt aus den Fehlern und macht weiter. Auch heutzutage, es läuft nicht alles rund. Ey, ich habe so oft Scheißtage. Ich mache so oft Scheiß, nee, Scheißjobs mache ich nie. Aber bestes Beispiel, letztens habe ich für BB meine Insta-Show aufgenommen und ich habe die Anmoderation 40 Mal verkackt. Alle waren abgefuckt von mir. Und ich kann euch gerne mal so eine Geschichte erzählen, weil es ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch nicht bei mir. Bei mir läuft es gut, aber nicht so geil, wie jetzt alle denken. Deswegen schreibt doch mal in die Kommentare. Oder Timo, kriegst du es hier oben hin, Abstimmung zu machen? Es läuft nicht so geil, wie alle denken. Aaron, Aaron, Aaron. Der Heimlichstuer. Spaß. Hier oben ist eine Abstimmung oder da oben, ob ich ein Video machen soll zu meinen krassesten Verlusten, zu meinen dümmsten Investitionen, warum sie schiefgegangen sind, was ich daraus gelernt habe, was ich in Sachen Mitarbeiter gelernt habe, worauf du achten musst und so weiter und so fort. Kann ich gerne machen. Stimmt ab, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich das und dann läuft das. Noch eine andere Sache, bevor ich jetzt zu euren Kommentaren komme und euren Fragen zum Finanzvideo. Ich bin jetzt immer live auf Twitch. Hey, Aaron, official. Einfach den ersten Link in der Videobeschreibung, mal klicken, mir da folgen. Ich spiele immer Call of Duty oder FIFA. Sehr cool, muss ich auch mal reinschauen. Call of Duty und FIFA, aber FIFA interessiert mich nicht so. Call of Duty eigentlich auch nicht, aber ich würde einfach gerne bei Aaron reinschauen, weil ich Aaron einfach sehr gerne mag. Kommt doch mal bei Twitch vorbei, weil aktuell sind wir manchmal nur so 30 Leute. Das ist irgendwie doch ein bisschen deprimierend. So, das dazu. Jetzt kommen wir zu euren Fragen. Die hat Marvin rausgesucht und er wird sie mir stellen und ich werde ganz spontan, ganz schnell antworten. The Joker fragt, was ist mit dem Merch? Kommt da noch was? Was? Kommt da nicht zusammen, was erwähnenswert wäre? Ach stimmt, der hat das Merch gar nicht erwähnt in seinem Finanzenvideo. Boah, ich weiß nicht, ob Aaron so stark im Merch-Business ist. Ich glaube, der hat es extra nicht erwähnt, weil es vielleicht nur ein kleiner Teil ist. Könnte ich mir vorstellen. Kommt da nicht zusammen, was erwähnenswert wäre? Nee, Merch mache ich wirklich echt wenig Umsätze. Ganz ehrlich, Merch, boah, da verkaufe ich vielleicht im Monat 30 bis 50 Handyhalterungen, wenn es hochkommt. Und das ist für mich jetzt nicht so krasses Geld, weil wenn ich denn Wareneinkaufe, wie lange das rumliegt, ganz oft packe ich entweder die Pakete noch selbst oder das macht meine Schwester. Die kriegt dann dafür ein bisschen Geld, packt die, verschickt die, fertig ist, da kommt kaum was rum. Auch wenn jetzt wieder im Shop Mauspads sind, Handyhalterungen und meine Bücher. Wuh! Aber das liegt auch daran, ich glaube, ich habe keine Fans, ich habe Zuschauer und die Zuschauer gucken mich gern, haben Spaß mit mir, aber wollen auch nicht meine Sachen haben, finde ich auch nicht schlimm, weil ich kaufe... Ich bin Fan, Aaron, ich bin dein Fan. Also ich bin, ich habe ein Aaron-Tattoo auf dem Arsch. True that. Ich kaufe auch kaum Merch, außer von den WWE, weil ich Wrestling liebe, aber sonst nicht. Ich glaube, ja, meine Zuschauer werden bereit, dann zu sagen, oh, ich gebe mal ein bisschen Geld aus, um Stand-Up von Aaron zu sehen. Dann brauche ich bloß ein Stand-Up. Jamal2001 fragt, und, wie viel hast du jetzt schon durch die Troschis gemacht? Minus bestimmt. Durch Troschis verdiene ich aktuell XXL-Troschis sind so für Kunden, Freunde, Kollegen, Leute, die ich mag, schicke ich denen immer hin und die freuen sich. Die wird es demnächst aber die XXL-Troschis schon geben. Wie erzähle ich euch in dem Video, wenn ich, Teil 2 der Finanzen nenne ich es mal, wo ich euch erzähle, wenn ich Geld verbrannt habe, wenn ihr das Video haben wollt, wenn ich es auch nicht schlimm. Da würde ich auch erzählen, was ich mir Troschis vorhabe. Lukas fragt, wo ist der Link zur Wer-wit-Millionär-Story? Traurigeres Mal. Ich glaube, da gab es ein kleines Kommunikationsproblem. Also, meine Wer-wit-Millionär-Folge gibt es nur auf TVNOW. Da hat RTL die Rechte. Die kann ich nicht auf YouTube hochladen, sonst kriege ich eine Menge Ärger. Und deswegen gibt es sie hier nicht. Es gibt aber ein Format, eine Reihe mit meiner Schwester, wo wir alles durchgehen. Die verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Und die erste Folge kommt in der Endcard. Das heißt, ihr könnt direkt draufklicken und dann alle durchsuchten. ICB Fotografie fragt, Hey Aaron, eine Frage. Welcher deiner Jobs war der härteste? Boah, welcher? Lass mir raten. Lass mir raten. Erstmal von Aaron. Der hat ja am Kiosk gearbeitet und was hat er noch gemacht? An der Tankstelle? Ich glaube, der Job mit dem Kiosk war, könnte ich mir vorstellen, sein härtester, weil er da Verantwortung für Mitarbeiter und den Laden übernehmen musste. Könnte ich mir vorstellen, dass das der härteste war. Bei mir war auf jeden Fall der härteste Job, auch wenn es viele Leute nicht glauben. Ich habe ja neben meiner Erzieherausbildung in einer Wohnstätte für geistbeherrte Menschen gearbeitet und habe da auch in der Pflege gearbeitet. Das heißt, ich habe Leute gepflegt. Ich habe eben Leute bei Dingen unterstützt, die sie nicht alleine machen können. Zum Beispiel Rollstuhlfahrer gelagert und whatever. Also die Kubitus-Vorsorge und so weiter und so fort, was man halt machen durfte als Auszubildender. Und das war schon ein harter Job, weil manchmal gab es Situationen, da war man schon ganz schön überfordert. Also ich hatte oft so Tagesausflüge, ich habe sehr oft Freizeitbegleitung mit den Menschen gemacht und wir hatten einen Epileptiker dabei und der saß dann bei mir auf dem Beifahrersitz. Wir wollten in die Stadt fahren, was einkaufen für die Wohngruppe. Und dann hat er während der Fahrt auf der Straße einen epileptischen Anfall bekommen und hat mir fast ins Lenkrad reingeschlagen und so. Dann bin ich an der Seite rangefahren und habe so richtig, da war so ein Bauer, da habe ich richtig laut und Hilfe geschrien, Hilfe! Ich habe, dass der Bauer den so ein bisschen fixiert und dass man dann gucken kann, weil er hat immer so eine Notfallspritze, die kann man dann in den Arsch setzen. Und da war ich überfordert, weil ich war noch sehr jung und sehr überfordert, dass da irgendwas passiert, weil ich da noch nicht so viel Erfahrung hatte. war auf jeden Fall schon krass. Der härteste Job, den ich hier gemacht habe, entweder Tankwart, weil 10 Stunden am Stück stehen und man durfte sich nicht hinsetzen, aber ich würde sagen, Pizza ausfahren war noch schwerer, weil damals gab es noch kein Google, kein iPhone, da musstest du auf eine Karte gucken, das kennt die Hälfte von... Oh mein Gott, stell dir mal vor, du lieferst Essen aus ohne Handy-Navi. Alter Schwede, das waren andere Zeiten. Da musstest du ja die Straßen im Kopf haben wie ein Taxifahrer. früher mussten die Taxifahrer ja noch wirklich wissen, was abgeht. Heutzutage Navi an, fertig. Hast du da rauf geguckt und ja, oder du bist dann zu irgendjemandem gegangen, der da auch Pizza ausgeliefert hat und hat gesagt, ich such die Aaron-Troschke-Straße und dann stand der Ali, der Pizzabäcker, fährst du geradeaus, links, rechts, geradeaus, rechts und dann bin ich gerade ausgefahren und hab schon den Rest vergessen. Das war echt hart. Florian fragt, Aaron, rück raus mit der Sprache, welchen AMG hast du? Welchen AMG hast du? Ich hab ne ganz normale A-Klasse, ich glaub aber AMG-Version, aber den geb ich bald ab, ich krieg dann den neuen GLA in der AMG-Version. Wenn Mercedes durch Corona mal wieder Autos baut. Dark Evil fragt, Hallo Aaron, bist du jetzt eigentlich mit Mrs. Bella zusammen oder nicht? Diese Fragen, diese unangenehmen Fragen, das weiß natürlich niemand. Lieben Gruß und bleib gesund. Nächste Frage. Marco S. Nächste Frage. Gute Antwort. Würde gerne ein Schülerpraktikum machen, ist das möglich? Nächste Frage. Julian. Nein, aber man muss eine Sache ehrlich sagen. Also ganz ehrlich, Schülerpraktikanten lohnen sich nicht, weil du erklärst denen was, die sind ja nur 14 Tage da. Erste Woche erklärst du was, dann machen sie die zweite Woche die Arbeit, machen Fehler und dann sind sie weg. Und dann musst du denen noch irgendwas schenken und irgendwas schreiben. Darauf hab ich doch gar keinen Bock. Timo kann nicht schreiben. Ach ja, Marvin war Journalistenschule. Der könnte was schreiben, aber nee, Schülerpraktikanten gar keinen Bock. Julian schreibt, meinen größten Respekt von mir an dich, Aaron. Woher nimmst du eigentlich deine Motivation, deinen Ehrgeiz immer weiterzumachen? Dieses Streben nach mehr. Das ist echt beeindruckend. Oh, das ist ein schönes Kommentar. Da freut er sich. Freue ich mich sehr. Ich hatte eben ganz früher ganz krasse Zukunftsängste und dachte immer, wenn ich es nicht mache, macht es keiner und du musst dir irgendwas erarbeiten, dass du auch mal krank sein kannst. Im Backshop hatte ich immer Angst, dass ich mir das Bein breche. Dann kann ich nicht arbeiten, dann bin ich am Arsch. Und deswegen bin ich natürlich motiviert, weiterzumachen. Dann ist es natürlich so, wenn es läuft und du deine Ziele erreichst, denkst du, oh, weiter, 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 weiter. Bestes Beispiel mit Ritcho. Ich war da dabei und dachte so, ja komm, ein bisschen Geld verdienen, Gehalt kriegen, gut ist. Da hat immer ein Kollege von Laboo gesagt, Aaron, denk groß, dass du es für viel Geld verkaufen kannst. Damals dachte ich so, ja, geh mir nicht auf den Sack. Heute muss ich sogar sagen, Tobi hatte recht. Und irgendwie macht es natürlich auch alles Spaß. Aber dazu können wir auch nochmal in dem Video kommen, Finanzen Teil 2, wo ich, ey, ich habe da schon eine richtig geile Liste auf dem Handy, worüber ich mit euch reden kann. Und es ist eher witzig, unterhaltend und ihr kriegt mal mit, wie man so Geld nimmt und so aus dem Fenster wirft und dann sagt, Scheiße, hätte ich mal mitgedacht. Merv8 schreibt, managst du deine Immobilien eigentlich selbst? Mieterwechsel, Wohnungsbesichtigung, Mietschulden und so weiter? Ne, mache ich nicht selbst. Dafür habe ich jemanden, wie ich meine Teams aufstelle in meinen verschiedenen Kategorien. Das gibt es auch im Finanzvideo Teil 2. Wo ich Geld verdiene, würde ich auch in dem Zusatzvideo erklären. Boah, ich mache voll Werbung fürs Zusatzvideo. Alle freuen sich aufs Zusatzvideo. Dann hauen wir da richtig fett die Werbung rein für die Kanalmitgliedschaft. Geil. Cashflow mit Dividende schreibt, hallo Aaron, tolles Video. Sind das wirklich alle Einnahmen? Also hast du keine Aktien oder so? Ne, Aktien habe ich gar nicht, weil ich davor Angst habe. Also ich bin nicht so wie Unge, der seine Trilliarden Euro mit Aktien macht. Das ist ja auch übertrieben. Die Sache ist die, zu den Aktien haben auch sehr viele Leute mitverstanden. Also Leute, jetzt kurzer Aktien-Real-Talk, aber ganz kurz zusammengefasst. Ich habe es auf Twitter schon mal geschrieben. Eigentlich bin ich ein sehr konservativer, ängstlicher Langzeitanleger, der ohne Risiko anlegt. Ja, über lange Zeiten. ETFs, Aktien. Ich hatte zweimal ein bisschen Geld über und dachte mir, okay, ich riskiere jetzt mal in Aktien, in denen ich wirklich so, an die ich glaube, weil verschiedene Punkte zusammentreffen. Ich riskiere ich mal Einzelaktien und gucke mal einfach, was passiert. Wenn das Geld weg ist, egal. Und das solltet ihr auch immer wissen, wenn ihr in Einzelaktien investiert, dann müsst ihr wissen, das Geld, das muss euch am Arsch vorbeigehen. Weil wenn das Geld weg ist, sonst ärgert ihr euch. Und da habe ich erst in Beyond Meat investiert, weil es eine vegane Firma ist, die veganes Fleisch auf den Markt bringt und ein gutes Startup und so. Und ich habe an die Firma einfach geglaubt und habe dann ein bisschen Geld da reingesteckt. Und das ging nach oben und da habe ich gedacht, oha, Glück gehabt. Das war der erste große Batzen. Und dann habe ich davon, nachdem ich das Geld hatte, gesagt, okay, hey, einmal würde ich es gerne noch probieren, in eine Einzelaktie reinzustecken. Hat der einmal gut geklappt? Komm, stecke ich mal in Tesla. Und da hat es auch richtig gut geklappt. Tesla ist auch nach oben geschossen. Das waren zwei Glücksgriffe, absolute Glücksgriffe. Ich kann niemandem empfehlen, niemandem kann ich empfehlen, in Einzelaktien investieren. Das ist einfach das Glücksspiel, wirklich das Glücksspiel. Der einzige Punkt, ist, dass ihr, anstatt dass ihr einem Automaten das Geld reinwerft, nach Firmen, die ihr einfach noch unterstützenswert findet. Und ich finde Tesla ist unterstützenswert und ich finde Beyond Meat ist unterstützenswert. Deswegen habe ich diese Firma unterstützt und hatte einfach Glück. Habe ich keine Ahnung von, habe ich mich noch nicht herangetraut, weiß ich auch nicht, ob ich es machen würde. Ich habe ein bisschen Kryptowährung, aber auch nicht viel. Lars schreibt, wie lange sind deine Tage so? 379 Stunden? Ist schwer. Als Selbstständiger arbeite ich immer, wenn Arbeit anfällt und manchmal chill ich den ganzen Tag und denke so, geil, du hattest nichts zu tun und manchmal geht wirklich so ein Tag von 6 bis 22 Uhr. Ist unterschiedlich, aber es ist schön und zur Corona-Zeit ist es jetzt echt noch gut, viel zu tun, aber viel entspannter und ich bin wirklich, wenn es jetzt wieder losgeht, bereit und erholt und kann wieder voll Gas geben. Und geile Videos für euch drehen, hey, aber Messen kommen wir dieses Jahr nicht mehr. Naja. Die Currywurst fragt, was für Tipps kannst du jüngeren Personen mitgeben, die Menschen, die sich in den nächsten Jahren selbstständig machen wollen? Also da gibt es mehrere Tipps. Oh, jetzt wird auf die Aaron-Tipps gespannt. Let's go. Würde ich auch nochmal in dem Finanzvideo Teil 2 machen. Sorry, ich zeig dir mal auf meinem Handy, wo die Ideen drin sind. Also, die schnellen Tipps sind, überleg, ob es Sinn ergibt, womit du dich selbstständig machst. Das heißt, wenn du jetzt gelernter Maler und Lackierer bist, nicht kochen kannst, würde ich dir nicht empfehlen, ein Restaurant aufzumachen, weil es ist dumm. Und nur weil du einen Kumpel hast, der gut kochen kann, den du seit drei Wochen kennst, ergibt auch keinen Sinn. Dann guck, ob der Start ist. Der Klassiker. Lass uns einen Foodtruck machen. Let's go. Aber wenn das eine Leidenschaft ist und man bereit ist dafür, auch viel zu tun wieder, kann auch, ich sag mal, ein Restaurant oder ein Foodtruck Sinn machen. Nur jetzt gerade in der Corona-Zeit eben nicht, weil da ist es natürlich sowieso schwierig für Gastronomen. Aber es kann auch als Quereinsteiger immer gut sein. Du musst nur in deine Leidenschaft reinstecken. Irgendwelche Förderung hat, hat mir damals echt geholfen, dadurch, dass ich meine Krankenkasse dann bezahlen konnte und auch, ob der Bedarf da ist. Und ganz ehrlich, ob es Sinn ergibt. Sinn ergibt ist es A und O. Wenn ich jemandem gerade eine Empfehlung geben kann, wert Handwerker, wenn du so ein wirklich so ein richtig typisch deutscher Handwerker wirst, der so dir beim Handgriff die Hand bricht und gute Arbeit macht, wirst du Millionär. Atemberaubend fragt, man bekommt doch nicht für 1000 YouTube-Views 75 Euro. Oh, das frage ich mich auch manchmal, wie dumm die, also nein, von YouTube nicht, aber manchmal, ey, was die Leute in den Kommentaren auch geschrieben haben, viele waren ganz toll, aber viele auch so dumm. Erstmal denken alle auch irgendwie immer nur, weil da oben Werbung steht, dass ich auch dafür immer jedes Mal 40.000 kriege. Alleine nur, wenn ich zu euch sage, kauft mein Popsocket, ist es Werbung, deswegen steht da Werbung. Erkläre ich euch aber, würde ich euch da auch nochmal erklären. Ist aber tatsächlich gar nicht nötig. Also es ist gut, dass A und Werbung kennzeichnet, aber auf der anderen Seite ist es dann wieder vielleicht manchmal so, wenn du immer Werbung schreibst, weißt du gar nicht mehr, was genau wirklich die Werbung ist, weil laut Landesmedienanstalt ist festgelegt, dass du für deinen eigenen Shop Werbung machen darfst, ohne Werbung einzublenden. Also wenn die Zuschauer ganz klar erkennen, du machst gerade für den Unge Shop oder für den Aron Shop, also du bist Aron und machst für den Aron Shop Werbung, muss man sich das Werbung kennzeichnen, weil es ja ganz offensichtlich dein eigenes Produkt ist. Das ist aber trotzdem okay. Aber wenn immer Werbung da steht, dann weiß ich halt als Zuschauer auch gar nicht mehr, was ist jetzt überhaupt Werbung, was nicht. Das ist halt auch so ein Punkt. Also ich persönlich finde es besser, wenn Werbung dann gekennzeichnet wird, wenn Werbung dann gekennzeichnet wird, wenn es wer Werbung ist. Diese 1000 Views, 75 Euro ist der Werbemarktpreis. Das heißt, wenn ein Kunde direkt auf mich zukommt und sagt, ich will, dass du mich bewirbst, dann sind es 75 Euro. Im Fernsehen sind es glaube ich 150 bis 500 Euro. Noch mehr. Also deswegen, von YouTube kriegst du für eine Million Views etwa 1000 Euro. Das kannst du jetzt runterrechnen auch auf 1000. Maurice fragt, Was ist mit dem Geld für die ganzen Produktplatzierungen, mit der Polizei und den anderen Unternehmen? Das habe ich ja erklärt. Also so wie er es erklärt hat, hat er einfach mit der Polizei gar kein Geld genommen, sondern hat das einfach mit der Polizei so gemacht. Du Fuchs, aber zum Beispiel gibt es Kunden wie die Berliner Polizei, die zahlen gar kein Geld. Aber da ist es einfach so, ich will bei denen drehen, die sagen, geil, komm vorbei, kannst du noch Werbung für uns machen, dass wir Auszubildende suchen? Ich sage, ja Mann, mega geil, weil ich kann bei euch drehen. Das kann kaum jemand anderes, klar mache ich das und dann ist es so eine Win-Win-Situation. Ich habe geilen Content, mache aber Werbung dafür, dass ihr euch da bewerben könnt und Polizist werden könnt, was ein super löblicher Job ist und deswegen steht da um Werbung, aber ich kriege keine 40.000 oder 30.000. Wenn natürlich die Timo Handyhüllen kommen und sagen, stell doch mal unsere Handyhüllen vor, dann ja, aber man kriegt wirklich nicht nur, wenn hier um Werbung steht, kriegt man nicht immer Geld. Alleine nur, wenn Dagi in ihrem Video irgendwas über Boutique redet und sagt, hey, wir haben das und das, müsste sie Werbung reinblenden. Ich habe mir damals vorgenommen, Werbung reinzumachen, immer wenn ich mir vorstellen könnte, dass jemand von euch denkt, ich mache das, ich kaufe das oder ich finde das jetzt besser. Ja, ist auch eine vernünftige Einstellung, kann man auch machen. Also die Marke, mich findet man ja immer gut und Marvin immer scheiße. Sachpack fragt, hattest du nicht schon mal vor zwei bis drei Jahren so eine Quiz-Live-Sendung? Ja, meine Quiz-App. Das würden wir noch mal bei dem Thema, wie ich Geld verbrannt habe, richtig auseinandernehmen. Ui, 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 20 Meter, hopp, 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 hopp. Naja, aber wir haben noch die Technik. M. Stocki schreibt, danke für das interessante Video. Man kann es dir nur gönnen. Hat mich voll motiviert, meine Unterlagen für die Steuererklärung rauszusuchen. So ein Mercedes ist doch auch mit hohen monatlichen Ausgaben versehen, oder nicht? Es kommt an, wie man hoch definiert, aber auch selbst mit VIP-Leasing, finde ich, ist es immer noch Geld verbrennen. Also, ich persönlich hatte ein VIP-Leasing mit einem Mercedes GLA in Deutschland und ich habe am Ende nur gedacht, ich hatte den für, ich habe drei Jahre lang das gemacht, oder zwei, nee, zwei Jahre und ich persönlich habe mich am Ende nur geärgert. Ich dachte mir so, boah, nee, das sind monatliche Ausgaben, die werde ich, also ich habe daraus gelernt, ich werde es nicht mehr machen. Auch wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen ein paar hundert Euro sind, sind es trotzdem, es ist trotzdem viel Geld und man darf nicht die Übersicht über das Geld verlieren und ich persönlich brauche kein Mercedes, deswegen habe ich dann gesagt, ich mache das nicht mehr, aber für manche Menschen ist das wichtig. Es verfreut mich total, dass du dadurch motiviert bist, ich habe einige motiviert, da freue ich mich auch total drüber, aber denkt dran, im Video läuft bei Aaron mega, gar keine Frage, aber es läuft wirklich nicht alles, das erzähle ich euch dann nochmal in einer ruhigen Minute oder ihr folgt mir auf Twitch, weil da floskele ich auch immer über sowas, hey, kommt da vorbei, naja, so ein Auto kostet natürlich Geld, aber auch ein normales Auto kostet Geld und jetzt kommen wir ganz krass in diese Steuerthematik rein. Ich versuche es mal ganz schnell und einfach zu erklären, ich hatte früher den 5er Golf und wenn du das Auto privat nutzt, wird dir 1% vom Neuwagenwert jeden Monat als Gewinn abgerechnet. Ich glaube, der Golf hat damals 35.000 Euro gekostet, das heißt, jeden Monat rechnet mir das Finanzamt dafür, dass ich ihn privat nutze, 350 Euro an. Für mein jetziges Auto, was ich auch so, zahle ich Geld, aber eben bis ein paar Euro mehr und dann hast du anstatt einen Golf, einen Mercedes, so habe ich es mir abgeleitet und mein Steuerberater hat es mir empfohlen, deswegen habe ich es gemacht und ich kann es mir Gott sei Dank auch ein bisschen aktuell noch leisten. Ein Auto zu leasen macht immer Sinn, wenn du sonst keine großen Ausgaben hast, weil du dann halt was gegenrechnen kannst, aber ich persönlich, für mich ist halt einfach Auto nicht so ein Riesenthema. Aber der Golf ist noch da, das heißt, wenn es mal nicht läuft, kommt das Auto sofort weg und ich fahre wieder Golf. Marvin Wildhaar gefragt, bekomme ich eine Gehaltserhöhung? Bring die Pfandflaschen weg, da stehen voll viele von Red Bull. Oh, jetzt habe ich Red Bull erwähnt, dass ich Red Bull cool finde und ich trinke gern Red Bull, deswegen steht hier um Werbung und dafür haben sie gar nicht bezahlt. Muss mal Red Bull anrufen. So, meine Lieben, das war es auch schon wieder, das war Nick. Ja, interessantes Video auf jeden Fall. Checkt Aaron aus, denkt dran, er streamt auch auf Twitch und hat auch bald einen Gaming-Kanal und mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.